Das Final-Wochenende der FIA ETRC findet zum zweiten Mal in Folge in Yarrama in der Nähe von Madrid statt. Im Grammar Cup-Titel gewinnt Oli Jaynes. Der Britte im Bugira-Team holt sich mit einem Sieg in Rennen 2 die Trophäe für die Newcomer im Truck Racing auf dem Podium, gemeinsam mit Eduardo José Rodríguez und Erwin Klein-Nagelfort. Das Wochenende aber startet mit einer weiteren Pole-Position für Jochen Hahn, die 13. insgesamt für den 2019er Champion. Neben ihm Antonio Albacete. Der Spanier hofft vor dem Tschechen Adam Laczko, der von der 5 startet, ins Ziel zu kommen. Die beiden kämpfen ja noch um die zweite und die dritte Position im Gesamtklassen. Große Spannung vor dem ersten Start der ETRC Trucks. Jochen Hahn auf der Innenseite in Kurve 1, kann sich hier gegen Antonio Albacete durchsetzen. Anboard mit dem Spanier Albacete vor Sascha Lenz, der auf der dritten Position liegt. Dahinter Steffi Halm auf der 4 und Adam Laczko auf Position 5. Der Tscheche will und muss natürlich weiter nach vorne, kämpft das gesamte Rennen über. Mit der deutschen Steffi Halm hat aber keine richtige Chance, an ihr im bärenstarken Iveco vorbeizuziehen. Runde 4. Sascha Lenz auf Position 3, dann Steffi Halm, Laczko und auf Position 6 Norbert Kist, der Ungar in seinem schwarzen Mercedes-Benz-Truck. Letzte Runde, die letzten Meter für Jochen Hahn mit einem Drift, so wie man es kennt, Richtung Zielstrich. Der 13. Saisonsieg für den Deutschen, 2. Antonio Albacete, der Spanier bei seinem Heimspiel und 3. Sascha Lenz schon mit ganz gehörigem Abstand. Ein sehr emotionaler, bewegender Sieg für Jochen Hahn, dessen Vater nämlich zwei Tage zuvor überraschend verstorben ist. Ein schwerer Unfall in Runde 1 des zweiten Rennens von Jamie Anderson, dem Briten, führt zum Abbruch. Anderson, sozusagen der letzte Rivale von Olly Jaynes im Kampf um den Grammar Cup-Titel, kracht hier in die Streckenbegrenzung, weil am Truck des Briten eine Feder gebrochen ist. Die letzten Hoffnungen auf den Titel für Anderson, damit weg. 2. Startversuch, Polzetter René Reinhard fehlt, es führt José Rodríguez im Truck mit der Nummer 14. Reinhard musste mit einem Plattfuß nach einer Attacke von Lazko in Runde 2 des Abbruchrennens an die Box, demzufolge also von ganz hinten starten. 2. Startversuch. Onboard bei Rodríguez, steht unter Druck von Adam Lazko, dahinter Norbert Kiss auf Position 3 und in Runde 4 wird Rodríguez von Lazko überholt. Und auch Norbert Kiss, der Ungar, geht vorbei, der Portugiese fällt zurück, beendet das Rennen schließlich auf Rang 6. Letzte Runde, Adam Lazko führt vor Kiss, dann Albacete, Hahn, Lenz und Rodríguez. Der Tscheche gewinnt zum dritten Mal in dieser Saison auf der Strecke, wird allerdings am späten Abend dann noch mit einer 10-Sekunden-Straffe bedacht. Wegen der Attacke gegen Reinhard fällt zurück auf die 6. Position, Norbert Kiss erbt dadurch den Sieg. Der Sonntag, Renne Nummer 3, die erste Reihe, Adam Lazko hat sich die Pole gesichert, die zweite für ihn 2019. Neben ihm, Jochen Hahn nur unwesentlich langsamer als der Freightliner-Pilot vom Bugira-Team. Dann der Start. Lazko und Hahn hier vor der ersten Kurve fasst gleich auf. Wir springen onboard ins Cockpit bei Oli Jaynes, der von der 13 gestartet ist. Vor ihm schon Erwin Kleinnagelfort, der Niederländer, der stand eigentlich in der letzten Reihe, hatte aber einen exzellenten Start. Fährt auf Position 9, während Antoni Jandjek sich hier mit Jamie Anderson ins Gehegel kommt. Runde 2, die Führungsgruppe den Berg hinauf, unterm Dunlop-Bogen durch. Sascha Lenz macht eine wilde Karussellfahrt, fällt zurück. Runde 3. Antonio Alvacete schnappt sich hier den Deutschen im Truck mit der 30, übernimmt die dritte Position. Kurz vor Ende, Runde 9. Onboard bei Sascha Lenz auf Rang 4, kann sich gegen Norbert Kiss behaupten, bleibt auf der 4. Nach zwölf Runden die Zielflagge. Lazko holt sich. Saisonsieg Nummer 3 nun tatsächlich. Dahinter Jochen Hahn und Antonio Alvacete. Rennen 4, wie üblich im sogenannten Reverse-Grid-Modus. Die Top 8 in umgekehrter Reihenfolge. Rene Reinert erneut auf der Pole. Zweiter, daneben Fabio Cittignola, der junge Deutsche, zum ersten Mal in seiner Karriere in Startreihe 1. Die spanischen Fans wollen natürlich ihren Lokalhelden Antonio Alvacete vorne sehen. Die erste Kurve. Alvacete in der Mitte zwischen Lazko und Hahn. Dann Onboard beim Spanier auf Position 6 gestartet, vor Lazko seinem Konkurrenten um Rang 2 in der Meisterschaft. Reinert im blauen Truck mit Motorproblemen, fährt langsam danach zurück ins Paddock und der von 4 gestartete Kiss übernimmt die Führung. Runde 7, Onboard bei Recuenco. Der kracht in den Truck hier von Cittignola. Riesenpech für den Spanier. Oder anders gesagt Glück für ihn, denn er kann genau wie alle anderen danach weiterfahren. Runde 6, Steffi Halm mit der 44 auf Position 2, Jochen Hahn dahinter der Champion und dann Alvacete auf Rang 4. Luis Recuenco mit zerbrochener Frontscheibe wird von der Rennleitung wenig später aus dem Rennen geholt. Das letzte schwarz-weiße Tuch der Saison sieht als erster Norbert Kiss, zweiter Jochen Hahn, der kurz zuvor Steffi Halm überholt hatte. Alvacete wird vierter, Lazko fünfter, damit der Spanier am Ende. Zweiter der Gesamtwertung, ganze sechs Pünktchen vor Adam Lazko. Letzter der Spanier am Ende. Runde 7, Steffi Halm, von der Spanier am Ende, um die Schwarz-Nate. Zweiter und im Rahmen gesamt. Zum Schluss von 18, Steffi Halm. Und dazu sind wir. Spanier zu Eich-Nate war die Spanier die Spanier.